Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen heute mit Samson. Schauen wir mal, ob der was Chides hat oder was Chides macht. Drei Leben. Die Damage ist aber gar nicht so schlecht. Vermute ich jetzt einfach mal. Noch zwei Balken. Ui. Nicht eingreisen lassen, nicht eingreisen lassen, nicht eingreisen lassen. Wer schießt Eifelkick? Ah ne, schießt kein Eifelkick. Balls of Steel. Perfekt. Balls of Steel. Steel ist natürlich eine perfekte Pille. Uff, uff. Uah. Scheiße. Ehh. 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 Nein. Ich kann jetzt hier nicht ein Challenger essen. Naja. Ujara Boards. Special Tears. Ach nö. Ich muss die Jazz Swarm loswerden. Eindeutig. Na ja. Ehh. Hauen wir mal, das ist, das war jetzt im Itemraum. T, P, das ist Mute, ich guck grad hier, naja ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht, es wird gut, es wird gut, aber es wird gut, es wird gut. das war natürlich richtig scheiße ich brauch mal anders und jetzt kommen noch die hier ein moment exit game das muss ich eigentlich ... Controls ... äh ... Drop ... nein kein neuer Run der droppt aber nicht noch einmal gucken keyboard was ist trop auch auch Scheisskampf in den Tränen. Jetzt ist es weg. Jetzt ist das Item weg. Jetzt geht es auch besser. Ach, nur die Version hier. So, ouch. Ich war kein Devil Deal, aber mehr Schaden mit Samsungs immer gut, ouch. So, Head of Up, Bad Trip. Nö, ich brauchte einen Item Raum, der ist dann auf der anderen Seite wahrscheinlich. So, ouch. Probobaby. Ah, da war jetzt noch ein Stein gewesen, verdammt. Äh, jetzt brauch ich aber mal echt ne Bombe nochmal. Hm. Im Shop könnte ne Bombe sein. Gehen. Da gehen wir jetzt noch hin. Oh, nein. Undernaten wir mal. So. Okay. Da wäre echt noch Leben. Gehen wir mal so. Hi Dingle. Oh, das ist das nicht so. Da war ja. Das, was denn? Das war also für die Woher. 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 hello old stats up Sammle ich nicht ein. Ah, von Pöts. jetzt noch zwei schlüsse oder drei schlüsse finde monster manual kann man mal benutzen okay Autsch, halbes Herz, oh die Irons waren halt gar nix Gucken wir mal, oh mega fett die auch noch, scheiße, der hat mich eingesaugt, ja leute, damit würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste mal wieder einschalten, das heißt, let's play, the binding of isaac, rebirth eeerf